Heute gibt es die Leslie Shocking Glue, eine 30 Schuss Batterie, letztes Jahr neu rausgekommen, hat eine NEM von 300 Gramm, hat eine Ausbreitung von 5 bis 10 Metern, Steighöhe ca. 25 bis 30 Meter und läuft gerade mal 15 Sekunden, das heißt die ist wirklich sehr schnell und auf die bin ich gespannt. Weil die soll ja absolut top sein. Viel Spaß bei der Zündung.